Es ist ein regnerischer Nachmittag bei den Gapjäger. Meine Marke? Ich weiss nicht, wie es meine Marke steht im School of Management. Kein Grund zur Panik, wir sind Spezialisten für das Erfremd. Wir nehmen den Fall Zoom an. Die Gapjäger haben mit den Ermittlungen angefangen. Ich sehe hier Daten über Zoom. Doch, du hast eine Diskrepanz zwischen dem Fremden und dem Eigenbild. Wir sind ganz, ganz nahe. Wie steht es um die Identität der Zoom? Hier im Dashboard, wo wir die Echtzeit angezeigt werden, ob die Menschen wirklich über Zoom denken. Fall Zoom, Zoom ist abgeschlossen. Die Gapjäger. Voten Sie jetzt für das Team Nummer 3, Ost.